Oh Leute, heute spielen wir Was würdest du eher nehmen und zwar die Film-Edition. Deswegen musst du das Video unbedingt bis zum Schluss schauen, damit du mitmachen kannst. Würdest du eher Spongebob oder die Simpsons gucken? Wo bist du? Hier, hier. Nächste Runde fängt an. Welcher Film ist besser? Hm. Ähm, die Unglaublichen 2? Oder? Oh, der dunkle Ritter. Boah, ich mag Batman. Batman ist super cool. Batman ist echt cool. Ich glaube, Batman nehme ich auch, Brexie. Ich nehme auf jeden Fall Batman. Batman ist super cool, Odi. Schau mal. Ja, der ist auch ein Superheld, Brexie. Aber die anderen sind auch Superhelden. Ja, aber das ist für Babys. Boah, wir müssen jetzt klatschen. Kommt ihr, ihr Blödmänner. Komm, ich habe sie geklatscht. Ich habe sie auch geklatscht. Die haben gar keine Chance. Ich habe ein Nudelholz. Du auch? Hm, aber ich glaube, wir können gleich kaufen die Waffen. Du hast recht, Brexie. Lass doch eine Runde und dann... Ähm, nochmal. Welcher Film ist besser, Brexie? Du liest vor. Ah, okay. Entweder der laute Hausfilm. Oder... Spongebob! Spongebob! Auf jeden Fall Spongebob. Ich habe den geliebt. Spongebob ist ein richtig cooler Film, Brexie. Du bist bestimmt drüben, oder? Ich bin natürlich bei Spongebob. Hm. Hast du nicht Spongebob... Ha, 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 ha. Angrillt! Verprügeln! Er hat gar keine Chance. Guck mal, wie sie verbrüchelt wird. Wir tanzen immer, wenn wir gewinnen. Okay, ich gucke mal, welche Waffen ich mir kaufen kann. Wir kennen uns hier. Ich kann mir die gar nicht kaufen. Ah, wir müssen hier Kisten öffnen, Brexie. Wirklich? Ich habe wirklich gekauft für 250. Ich auch. Oh, es geht schon los, Brexie. Und ich habe blaue Strahlkrallen bekommen. Entweder Turbo, Brexie, oder Shrek. Ich nehme Turbo. Ich nehme Shrek. Dann sind wir aber verfeindet. Das weißt du. Dir doch egal. Ich habe das 8-Bit-Schwert bekommen. Ich habe jetzt richtig coole Krallen. Komm doch her, Brexie. Komm, Odi. Woppa! Ich werde dich verprügeln. 2 gegen 1. Das ist unfair. Dann kann ich doch nichts. Ich nehme dich mit. Hab dich. Oh, du Blödmann. Aber dein Schwert ist echt cool. Das ist von Minecraft. Der hier ist es. Der hier. Greift ihn an. Nein. Oh Mann, ey. Wir haben verloren. Ich habe so viel Geld bekommen, weil ich dich verprügelt habe. Das ist voll bodenlos. Was haben wir hier? Es geht wieder los. Oh, oh. Weiter, weiter, weiter. Welcher Film ist besser, Brexie? Du liest. Äh, Sonic. Oh, mega cool. Oder? Oh, Ab. Ich mag Ab richtig. Ich mag Sonic. Der ist richtig schnell. Und der wird alles voll schnell sein halt. Ich finde Ab richtig cool. Ich habe ein Geschenk angefordert. Habe 100 Geld bekommen. Haha. Gewonnen, ha? So. Ey. Boah, ihr seid wieder nur zu zweit. Hahaha. Ich werde dich verprügeln. Aua. Ich muss überleben. Ich muss überleben. Aua. Mann, Brexie, geh doch weg. Du musst doch. Du bist nicht mehr mein Freund. Warum? Wir haben gewonnen. Das ist doch blöd. Ey. Ich kaufe mir noch eine Waffe. Ich kaufe mir jetzt auch eine Waffe, du Blödi. Und ich habe bekommen. Boah, Stopp-Zeichen-Axt. Die sieht mega cool aus. Ich habe ein Mordmesser bekommen. Welcher Film ist besser? Interstellar oder? Ninja Turtles. Ninja Turtles. Ich nehme Interstellar. Der ist super cool. Damit kannst du in die Zukunft reisen. Aber Ninja Turtles sind Ninjas und Turtles. Iiii, du bist eine Schildkröte. Iiii, du bist ein Raumfahrer. Ich werde eh gewinnen. Ja, dann kommt mal her, ihr Blödis. Komm her, Brexie. Ich habe eine richtig coole Schild-Axt. Mann. Verprügel dich jetzt. Schon wieder zwei gegen eins. Ich habe den. Mann, Brexie. Das ist so unfair, dass du gegen mich kämpfst. Aber du wirst verlieren. Wird ich nicht. Doch. Du hast verloren in drei. Zwei. Besiegen. Du hast ja voll das coole Messer, aber meine Axt ist besser. Ich habe ihn besiegt. Ja, aber jetzt wirst du besiegt. Ich habe ihn auch besiegt. Ey, Mann. Ich gewinne das. Ich habe sie auch besiegt. Da kommt noch einer und du bist tot, Brexie. Und adieu. Nein. I like Turtles. Wir haben gewonnen. Dein Glück, du Blödi. Okay, du bist dran, Brexie. Ich muss eine Kiste öffnen. Den müssen wir nicht. Welcher Film ist besser, Odi? Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Oder wir haben hier Spider-Man. 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 Ich gehe zu Kung Fu Panda. Ich gehe zu Spider-Man. Spider-Man ist super cool. Kung Fu Panda ist cool. Das ist der Drachen. Kung Fu Meister. Du bist genauso dick wie Kung Fu Panda. Du bist so dick wie Kung Fu Panda. Du bist da drüben, ich nicht. Ähm, wir haben gewonnen. Wir sind zu viert. Ich werde dich verprügeln, Odi. Na, warte. Komm doch. Komm doch. Keine Chance, Brexie. Aua, ich sehe nichts mehr. Haha. Bam. Komm her. Ah. Ah. Ah, erledigt, du Blödmann. War unfair. Verprügelt ihn. Ja, gewonnen. Panda. Kung Fu Panda. Bäbäbäb. Du bist dran. Okay, Brexie. Bist du bereit? Ich bin bereit. Piraten der Karibik? Es flucht der Karibik, du Blödi. Oh Mann, du weißt doch. oder Encanto. Hey, ich bin, ich flucht der Karibik. Ich bin keine Prinzessin. Ich auch. Ich war schon immer ein Pirat. Haha. Ich wollte schon immer das sein, wo ich bin. Ich auch. Ich wollte schon immer mal ein Pirat bei Flucht der Karibik sein, Brexie. Ähm. Brexie? Was? Ich wollte schon immer eine Prinzessin sein. Das glaube ich dir sogar, du Blödmann. Oh Mann, du. Komm her. Piraten sind viel stärker als Prinzessinnen. Ich hab dich verprügelt. Aua. Das ist so unfair. Ich bin auch hier drüben. Aber dafür gewinnen wir jetzt. Guck jetzt, Brexie. Weil Piraten sind stärker als Prinzessinnen. Schau. Boom. Das war nur Glück. Guck mal, wie ich tanze. Ba, ba, ba. Okay, Brexie. Du bist dran. Hey. Welcher Film ist besser, Odi? Madagaskar? Oh, Madagaskar ist cool. Hm. Die kenne ich auch. Oder Highschool Musical? Oh, Highschool Musical finde ich noch viel cooler. Ich auch. Die haben immer getanzt in der Schule und gesungen. Die haben so coole Songs gehabt, Brexie. Soll ich auch mal singen? Mach mal. Na, 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 na. Okay, okay. Du kannst aufhören. Ich kann super singen. Oh, oh. Wir haben ein Problem, Odi. Wir werden uns verbrügeln. Brexie, wir zwei gegen alle. Oder wir rennen einfach weg. Ich lass dich vor, Brexie. Odi, du musst mir helfen. Die kommen, wir rennen alle nicht. Nö, ich renn weg. Tschüss. Ähm, Brexie, dein Leben sieht gar nicht mehr aus. Nein. Mann, Odi, du hast mich allein gelassen. Wir sind ein Team. Jetzt hast du mich allein gelassen. Weil du weggelaufen bist. Ich bin geplatzt wie so eine rote Kugel einfach. Ich kauf mir. Oh, ich kann doch. Okay, Brexie, ich bin dran. Welcher Film ist besser? Hm. Der Zauberer von Oz? Oder? Es. Oh nein, Brexie, es ist voll gruselig. Da ist ein Horrorclown. Aber der ist gelb. Ich geh da jetzt hin, weil der auch was Gelbes anhat wie ich. Dein Ernst? Oh, hier steht viel mehr als bei dir, Odi. Ähm, bei mir steht keiner. Hm, komisch. Bei mir steht... Keiner! Oh Mann, ihr seid alle Horrorclowns. Ah, ich werde dich verprügeln, Odi. Ich mache euch doch Damage. Aber aua. Wir haben gewonnen. Unfair, ihr wart alle gegen mich. Oh, kannst du schon eine Kiste öffnen? Nee, noch nicht, Brexie. Okay, welcher Film ist besser, Odi? Logan? Oder? Oh ja, Brexie? Twilight. Das ist ein Vampirfilm. Yeah, ich mag keine Vampire. Dann geh ich auch zu Logan. Ähm, ich, ähm, geh auch zu Logan. Ähm. Okay, dann werden wir die jetzt besiegen, Odi. Komm. Und? Hä? Du bist alleine bei Twilight? Mann, Vampire sind cool, Brexie. Du hast gerade noch gesagt, Vampire sind nicht cool. Ja, das war eine Lüge. Ich liebe Vampire. Wirklich? Ja, die sind mega cool. Die sind so richtig schnell und haben Zähne. Die können dich beißen. Rau, rau, rau. Und was, wenn einer nachts zu dir nach Hause kommt? Ähm, dann habe ich Pech. Oh Mann, jetzt ist schon wieder Sonic gegen... Oh! 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 Ich weiß, was ich nehme. Ich nehme auch Hunger Games, Odi. Hallo, Odi. Warum auch? Ich wollte noch nie zu Hunger Games. Ich bin bei Sonic. Das werden wir ja gleich sehen. Sonic ist doch viel besser. Hm. Äh. Brexie! Komm her, du Blödkopf! Ah! Attacke! Attacke! Bam! 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 Odi, du Blödmann! Du hast keine Chance gegen uns, Brexie. Siehst doch einfach einen. Nein! Haha! Hä? Guck mal, er macht die... Er macht die Robbe. Macht die Robbe. Okay, Brexie. Letzte Runde, würde ich sagen. Oder? Okay, letzte Runde. Welcher Film ist besser? Hm. Der Lorax? Oder? Oder, Brexie, du musst lesen jetzt. Äh, Alice im Wunderland. Alice durch das Spiegelglas? Das ist ja voll falsch. Aber ich weiß schon, was ich nehme, Brexie. Ich auch. Äh, sag mir bitte nicht, dass du den Lorax genommen hast. Nein, der ist langweilig. Ah! Sehr gut, Brexie. Sie hat gar keine Chance. Komm her! Verprügeln sie jetzt. Woppa! Woppa! Das war ja übelst leicht. Haben wir gewonnen? Ich habe genug Geld. Wir können noch eine Kiste ziehen. Ich ziehe noch mal schnell eine, Brexie. Ich habe bekommen... Oh, fast Gold. Oh, ich habe nur... Sanfroh, die haben wir bekommen. Ich habe nur Polizei bekommen. Oh, Mann, ey. Na ja, Freunde. Odi und ich müssen jetzt ziemlich schnell los. Uns erwartet, was in unserer eigenen Roblox statt. Und wenn du mitspielen möchtest, musst du unbedingt bis zum Schluss schauen. Denn wir haben eine Überraschung für euch. Stimmt's, Odi? Genau, Brex hier. Jetzt komm, wir müssen schnell nach Hause und die Überraschung vorbereiten. Komm schon. Oh, Leute. Ich habe heute nicht so ein gutes Gefühl. Denn ich glaube, mein kleiner Bruder Odi wird geärgert und gemobbt. Weil ich habe ein paar Storys von ihm angeschaut. Und irgendwie sah er da richtig traurig aus. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich heute einen richtig guten Tag mit ihm mache. Aber ich muss erst mal finden, wo er ist. Wartet mal. Irgendjemand hat mir übrigens ein paar Snaps geschickt. Was ist denn hier los? Hier von Dark Lord. Does anyone speak English? Äh, ich kann... Odi! Die ärgern mich. Seht ihr das, Freunde? Die ärgern Odi einfach. Wartet mal. Ich schicke ihm ein Snap zurück. Ähm. Ich werde reinschreiben. Ich hole dich ab. So. Wo bist du? Und senden an Odi. So. Bin ich mal gespannt, wo er ist. Und dann holen wir ihn ab. Und stellen mal die Leute zur Rede, die meinen kleinen Bruder mobben. So. Oh, ich muss jetzt erst mal nach draußen und mein Auto rausholen. Äh. Aufmachen. Und wieder zumachen. Abschließen. Sehr gut. Jetzt müssen wir uns nur noch ein Auto holen. Oh, die hat mir was geschickt. Hm. Spili. Trauriger Smiley. Oh, Mann. Leute, habt ihr das gesehen? Odi ist wirklich traurig. Die Größeren mobben ihn. Das finde ich gar nicht gut. Mobben tut man nämlich nicht. Jetzt hole ich mir erst mal mein Auto. Hier. Ah. Und jetzt fahren wir zu Odi. Ach so. Schau das Video unbedingt bis zum Schluss an. Damit wir gemeinsam herausfinden, wer alles Odi mobbt. Mein kleiner Bruder. Das finde ich gar nicht cool. So. Jetzt muss ich erst mal zum Spili fahren. Und gucken, was die so machen. Ich glaube, ich mache das erst mal heimlich. Hm. Wo könnte Odi sein? Das da hinten? Odi? Das ist, glaube ich, sein Auto hier. Oh. Oh. Warum sagt ihr so was Blödes? Ich wollte doch nur spielen. Das ist voll unfair. Habt ihr das gehört? Die haben irgendwas zu Odi gesagt, was nicht nett war. Odi? Odi? Brexia. Oh. Du blödes Fangirl. Und du blöder Junge. Komm mit, Odi. Mann, die ärgern mich immer, Brexia. Komm mal zu meinem Auto. Was haben die denn gesagt? Mann, die haben gesagt, dass ich, dass, dass Lila für Mädchen ist und dass ich noch klein bin. Ey, die haben dein Auto geklaut. Steig ein. Mann, ey, schau. Und jetzt klauen die mein Auto. Die sind ja richtig gemein. Hast du denen irgendwas angetan? Nein, gar nichts. Ich wollte nur mit denen spielen auf dem Spieli. Und dann haben die mir wehgetan. Gib das Auto wieder. Steig aus, du Blödmann. Das ist meins. Er hat einfach dein Auto geklaut, Odi. Mann, Brexia. Was machen wir denn jetzt? Das ist doch mein Ein und Alles. Steig aus. Das ist nicht dein Auto. Mann, er hat gesagt, ich bin ein Blödmann. Und wenn ich das Auto nehmen wollen, die mein Haus verbrennen, hat er gesagt. Das hat er zu dir gesagt? Ja, genau. Und wenn du noch einmal zu uns kommst, dann werden wir auch dein Haus verbrennen, Brexia. Ah ja, wirst du das? Ja. Steig aus. Bitte lass mich in Ruhe. Steig sofort aus. Genau, steig. Steig aus, du Blödmann. Nimm das Auto, schnell. Schnell. Habs, Brexia. Er hat mein Auto geklaut. Ich bremse ihn. Du musst schnell hinterher fahren. Ihr kriegt mich lieber als die Blödmänner. Warte, meine Pistole ist leer, Odi. Oh Mann, ey, Brexia, komm schon. Ich drück ihn, ich drück ihn. Ich glaub, wir haben den Unfall gebaut. Sehr gut. Solange er nicht fahren kann, ist alles gut, Odi. Oh oh. Du musst die Verfolgungsjagd aufnehmen. Beeil dich. Mann, er will dein Auto klauen. Sobald er aussteigt, steige ich ein, Odi. Ich hab zugemacht. Sehr gut, sehr gut, Odi, sehr gut. Ich geh in sein Haus rein. Geh rein, geh rein, zerstör alles. Er ist ausgestiegen, los, weg hier. Weg, 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 weg. Mann, ey, siehst du, die sind alle blöd zu mir, Brexia. Komm, komm mit schnell, wir fahren zu dir. Na gut, Mann, ey. Mann, Leute, die sind hier echt gemeint, so Odi. Oh, ich muss aber herausfinden, warum die so gemeint sind. Wo ist dein Haus, Odi? Mann, Brexia, ich glaub, wir sind auf der falschen Seite. Leute, okay, dann fahr vor. Oh, hier lang. Oh, Leute, ich find das nicht gut, wenn Leute meinen kleinen Bruder mobben oder ärgern. Ähm, wenn du gemobbt wirst, dann kannst du jetzt ein Like da lassen. Und ich bin für immer dein bester Freund. Ah, so, wo ist Odi? Hä? Ich kann nicht mehr fahren. Durch den Tunnel. Warte kurz, Mobben ist nämlich richtig uncool. Los, Odi. Hä? Ja, Odi. Mann, so können wir uns wenigstens hören, wo warst du? Ich hatte gerade einen kleinen Unfall, weil die Achsen kaputt sind vom Auto. Oh, Mann, du Blödmann, komm schon. Kann ich bei dir reinparken? Äh, ja, klar. Dann musst du aber zur Seite fahren. Mann, ey, warte. Hä? So. Hast du hier zwei Autos rein? Na, klar. Okay. Komm mit, Odi. Mann, Brex hier. Mann, die haben mir auch voll viele Sch- äh, 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 Snaps geschickt. Guck mal. Äh, was haben sie dir denn geschickt? Dass ich blöd bin und, und das, dass die uns angreifen wollen. Hä? Die wollen uns angreifen? Aber warum? Was hast du denen denn angetan? Ich hab doch gesagt, ich hab nix getan, Brexie. Die haben mich einfach angefangen zu mobben. Hast du die beleidigt? Hast du denen irgendwas geklaut? Nein, hab ich nicht, Brexie. Sag ich doch. Das war schon von der Schule aus. Oh, Mann. Leute, wir müssen unbedingt herausfinden, warum die meinen kleinen Bruder mobben. Das finde ich gar nicht gut. Okay, Odi. Wollen wir die, wollen wir die ausspionieren? Ja, ja, ja. Und, wir brauchen aber, du musst dich umziehen. Wo ist deine Umkleide? Wir müssen uns anders anziehen. Komm mit. Okay. Oh, das ist eine richtig gute Idee, Odi. Wir ziehen uns einfach um. Au, ich will nicht mich. Wir ziehen uns einfach um, sodass die uns nicht erkennen und vor allem nicht dich. Und danach, ähm, warte, finden wir heraus, warum das so ist, wie es ist. Wie sollen wir denn uns aber umziehen? Ja, du hast recht. Ich habe meine Sachen alle nicht dabei. Was soll ich anziehen, Brexie? Am besten eine Maske. Nur eine Maske? Und einen Hut. Und einen Hut? Oh, Mann. Jetzt habe ich alles ausgezogen. Ich glaube, ich ziehe noch einen. So. Ja. Mich erkennt man nicht mehr, Odi. Okay. Ich ziehe eine Brille auf. Und eine Mütze habe ich aber schon, Brexie. So eine Maske. Oh nein, die ist gruselig. Hm. Wie wäre es, wenn du dein Oberteil wechselst? Meinst du? Ähm. Ähm. Das hier. Oh, das sieht so gut aus, Odi. Gut gemacht. Komm mit. Okay. Und was machen wir jetzt genau? Jetzt gucken wir mal auf dem Spieli, ob die uns anmachen, Odi. Du hast recht, Brexie. Der gemein Auto rein. Dein Auto erkennen sie. Warte. So. Und los geht's, Brexie. Wir gehen einfach da hin und schauen, ob die auch andere Kinder ärgern würden, okay? Okay. Und wenn die das nicht tun, musst du was getan haben. Du hast recht, Brexie. So. Wir haben mir gerade gesnappt. Wer auf den Spieli kommt, ist dran, hat er geschrieben. Aha. Das will ich sehen, Odi. Du machst jetzt einen Snap von mir, wie ich auf dem Spieli bin. Komm. Na gut. Hier. Schau mal. Das sind schon voll viele. Ah. Oh. Wie viele Leute sind hier? Komm, wir tun so, als ob wir Spaß haben. Na gut. Oh. Odi macht einen Snap von mir. Warte. Warte, Brexie. Oh. Zack. Hab sie geschickt. Hast du das in deine Story? Na gut. Warte. So. Oh. Wie cool. Cool. Aha. Hey, ihr da. Hä? Hä? Was willst du? Hey, ihr Dorfkaffee. Dürf nicht auf den Spieli. Hahaha. Natürlich dürfen wir auf den Spieli, du blöde Kuh. Komm mit, Odi. Wir gehen schaukeln. Ignorier sie. Gut. Aber siehst du, die sind alle so böse. Du hast recht. Die vergrauen alle Kinder. Deswegen ist das hier so gruselig auch nachts. Ist so. Denkst du? Schau mal, der eine da vor uns hat eine komische Aura. Denkst du, das sind Geister? Hä? Du hast recht. Schau ihn dir an. Oh Mann, ich glaube, hier stimmt was gewaltig nicht, Odi. Hey, Jutta. Hä? Hä? Lauf, Odi. Lauf, egal. Oh, Prixi. Oh, dein Auto. Dein Auto war hier drüben, hier drüben. Steig schnell in das Auto ein. Bleibt stehen. Ihr werdet gemobbt. Oh, das ist voll gemein. Odi, steig schnell ein. Prixi, ich glaube, er verfolgt uns gleich. Oh, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Hä? Du hast dir also wirklich nichts getan, Odi. Sag ich doch. Ich glaube, da ist eine komische Aura einfach. Oh, Prixi, komm mit. Was ist das für ein Boot hier? Das, 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 gehört das nicht dem? Keine Ahnung, wenn das ihm gehört, gehört das jetzt uns Pech. Haha, geklaut, genau, Rex, ja. Haha, das macht so viel Spaß. Hier oben. Warte. Ich kann jetzt fahren. Bist du bereit? Ja, fahr weg, fahr weg. Nein, fahr du, fahr du, fahr du. Ah? Okay, komm. Los geht's. Haha, ihr Blödmänner. Oh, und es kommt davon, wenn ihr uns mobben wollt. Genau. Haha. Hm, warte mal, Prixi. Was denn? Irgendjemand hat mir einen Snap geschickt. Was für ein Snap? Warte. Ich schick's dir weiter. Okay, mach mal. Hm? Hm? Oh, oh, Prixi, ich schick's dir, okay? Los, ich warte. Schau mal, er hat ein Bild von uns gemacht. Und hat geschrieben. Oh nein. Okay, Leute. Das wird jetzt richtig gruselig. Wie konnte er einen Snap von uns machen? Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Wenn du wissen willst, was hier passiert, lass ein Like und ein Abo da. Und aktiviere die Glocke, damit du das nächste Video auf gar keinen Fall verpasst. Und check meinen kleinen Bruder Odiab. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Oh, das wird doch so spannend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Prixi abonniert. Prixi bitte. Prixi abonniert. Prixi bitte. Prixi abonniert. Prixi bitte. Der Name macht den besten Charakter.